Mürfelden-Walldorf ist als Doppelstadt mit über 32.000 Einwohnern nach Rüsselsheim am Main die zweitgrößte Stadt im Kreis Groß-Gerau in Hessen. Der südliche Teil des Frankfurter Flughafens liegt teilweise auf dem Gebiet der Stadt Mürfelden-Walldorf. Geografie Mürfelden-Walldorf liegt in der Untermain-Ebene im Rhein-Main-Gebiet im Dreieck zwischen den südhessischen Großstädten Frankfurt am Main, Darmstadt und Wiesbaden und südlich des Frankfurter Flughafens. Die Stadtkerne von Waldorf im Norden und Mürfelden im Süden sind rund 3,8 Kilometer voneinander entfernt. Zwischen beiden Stadtteilen liegt noch immer eine unbebaute Freifläche von bis zu 1,5 Kilometer, nur unterbrochen durch eine Baum- und eine Gesamtschule. Im Westen hat das Stadtgebiet Anteil an dem ausgedehnten Naturschutzgebiet Mönchbruch. Östlich von Mürfelden an der A5 liegt mit dem Oberwaldberg der aus einer ehemaligen Mülldeponie entstanden ist. Der höchste Punkt im Kreis Groß-Gerau. Mürfelden-Walldorf grenzt im Norden an die kreisfreie Stadt Frankfurt am Main und die Stadt Neuysenburg. Im Osten an die Stadt Langen und die Gemeinde Egelsbach. Im Süden an die Gemeinde Erzhausen, die Stadt Weiterstadt und die Gemeinde Büttelborn. So wie im Westen an die Stadt Groß-Gerau, die Gemeinde Nauheim und die Stadt Rüsselsheim am Main. Mürfelden-Walldorf besteht aus den beiden Stadtteilen Mürfelden und Walldorf. Mit der Wüstung Guntheim gab es früher nordöstlich von Walldorf einen weiteren Ort. Geschichte In den historischen Unterlagen findet Mürfelden in den folgenden Jahrhunderten unter anderem mit diesen Ortsnamen Erwähnung. Mersfeld im Jahr 1016 Mersewelt im 13. und 14. Jahrhundert Mersfeld 1413 Mersfeld 1550 Mersfeld 1573 bis ab 1614 Mürfelden gebräuchlich bleibt. Die Mürfelder Kirche wurde schon 1304 als Pfarrkirche mit Filial auf dem Grundhof geführt. Rings um Mürfelden befanden sich im Mittelalter große Waldungen, die Teil des Reichsforstes Dreieich, dem sogenannten Wildbahn Dreieich waren. Die Rechtsverhältnisse des Wildbannes wurden in einem Wildbahnweistum festgehalten. Dieses wurde im Jahr 1338 auf Veranlassung von Kaiser Ludwig dem Bayern auf dem Maigericht in Langen aufgeschrieben. Unter den dort genannten 30 Wildhuben ist die Wildhube Mersewelt erwähnt. Durch seine seit Alters her günstige Verkehrslage an Handelswegen entwickelte sich Mürfelden zu einem wichtigen Handels- und Verkehrsplatz, der im 15. Jahrhundert eine eigene Zollstelle erhielt. Der Dreißigjährige Krieg unterbrach diese Entwicklung. Das Dorf wurde mehrfach geplündert und verwüstet. Die Pest trug dann dazu bei, dass 1648 am Ende des Krieges von dem aufstrebenden Handelsplatz fast nichts übrig war, Bis die Einwohnerzahl von etwa 500 wieder erreicht wurde bedurfte es vieler Jahrzehnte. Ende des 18. Jahrhunderts hatte Mürfelden erst wieder ca. 900 Einwohner. Im Jahre 1600 kam Mürfelden zur Landgrafschaft Hessen-Darmstadt, die 1806 im Großherzogtum Hessen aufging. Verwaltet wurde es bis 1820 vom Amt Kelsterbach, das ab 1816 zur Provinz Statenburg des Großherzogtums Hessen gehörte. 1821 wurden im Großherzogtum Landratsbezirke eingeführt und Mürfelden dem Landratsbezirk Langen zugeteilt. 1832 wurden die Einheiten ein weiteres Mal vergrößert und es wurden Kreise geschaffen. Dadurch gelangte Mürfelden in den Kreis Groß-Gerau. Die Provinzen, die Kreise und die Landratsbezirke des Großherzogtums wurden am 31. Juli 1848 abgeschafft und durch Regierungsbezirke ersetzt, was jedoch bereits am 12. Mai 1852 wieder rückgängig gemacht wurde. Dadurch gehörte Mürfelden zwischen 1848 und 1852 zum Regierungsbezirk Darmstadt, bevor wieder der Kreis Groß-Gerau für die übergeordnete Verwaltung zuständig wurde. Dort verblieb der Ort durch alle weiteren Verwaltungsreformen bis heute. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich der Ort zu einer Arbeitersiedlung in den 1920er Jahren gar zu einer Hochburg der Arbeiterbewegung. Diese Entwicklung wurde in den 1930er Jahren durch die nationalsozialistischen Machthabe gewaltsam beendet. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Währungsreform von 1948 wurde Mürfelden ein bevorzugtes Wohngebiet. Zunächst durch Aufnahme von Heimatvertriebenen und Flüchtlingen und später durch ständige Zuzüge von außerhalb setzte eine starke Bevölkerungszunahme ein, die bis in die jüngste Gegenwart anhält. Die Gemeinde wurde am 18. März 1968 durch den hessischen Minister des Innern zur Stadt erhoben. Waldorf wurde 1699 als Waldenser Kolonie am Gundhof von 14 Familien gegründet. Zuvor hatte sich Landgraf Ernst Ludwig von Hessen Darmstadt bereit erklärt, Waldenser protestantische französische Flüchtlinge in seinem durch den Dreißigjährigen Krieg in hohem Maße entvölkerten Land aufzunehmen. 1715 erhielt der Ort seinen heutigen Namen. Die Verwaltungsgeschichte teilt es mit Mürfelden. Nach langen Jahren finanzieller Schwierigkeiten war Waldorf in Jahren 1804-05 in der Lage mit Hilfe von Spenden der reformierten Gemeinden in Frankfurt, Holland, Großbritannien und der Schweiz eine Kirche zu bauen. Die deutsche Sprache setzte sich nur allmählich durch, doch im Jahr 1815 wurde selbst der Gottesdienst nicht mehr in französischer Sprache gehalten. Nachdem die Eisenbahnlinie Frankfurt-Mannheim 1879 ihren Betrieb aufgenommen hatte, wandte sich der bis dahin ländlich geprägte Ort in eine Arbeitersiedlung. Der durch ständigen Zuzug geprägte Aufschwung wurde aber durch die beiden Weltkriege unterbrochen. Circa 1935 bis 1944 bestand in Waldorf das KZ-Außenlager Waldorf. 1700 jüdische Mädchen und Frauen wurden 1944 aus Ungarn verschleppt und mussten am Frankfurter Flughafenausbau und Reparaturarbeiten an den Rollbahnen verrichten. Dieses Kapitel der Vergangenheit wurde vorerst vergessen und wurde erst 1972 von drei interessierten Jugendlichen wiederentdeckt. Inzwischen wurde auch dieses Thema im Film Rollbahn bearbeitet. Seit dem Jahr 2000 erinnert ein historischer Lehrpfad mit einem Gedenkstein als Ausgangspunkt an das ehemalige KZ-Außenlager Waldorf. Er wurde im, bei sein von überlebenden Frauen des Lagers und unter Mitwirkung von Peter Hertling eröffnet. Nach dem Zweiten Weltkrieg mussten viele Heimatvertriebene und Flüchtlinge aufgenommen werden, was viele Probleme mit sich brachte. Aber auch die Entwicklung zur Kleinstadt vorantrieb. Im Jahr 1962 wurde die Gemeinde auf Beschluss des Hessischen Landtages zur Stadt erhoben. Die Stadt Mörfelden-Waldorf entstand am 1. Januar 1977 im Zuge der Gebietsreform in Hessen durch einen Zusammenschluss der bis dahin selbstständigen Städte Mörfelden und Waldorf unter dem Druck eines Eingemeindungsbegehrens der Stadt Frankfurt am Main durch das Gesetz zur Neugliederung des Landkreises Groß-Gerau. Für ein Jahr hieß die Stadt danach Waldfelden, wurde aber auf Antrag des Magistrats der neu gegründeten Stadt durch die Landesregierung mit Wirkung zum 1. Januar 1978 in Mörfelden-Waldorf umbenannt. Im Jahr 1973 wurde im Flurdistrikt an den Nussbäumen mitten zwischen Waldorf und Mörfelden die Bertha-von-Sutner-Schule als integrierte Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe errichtet. Ihre zentrale Lage symbolisiert die gedachte Mitte der Doppelstadt Mörfelden-Waldorf. Politik Traditionell stark in Mörfelden-Waldorf sind von jeher die Arbeiterparteien. Vor 1933 waren die beiden damals selbstständigen Stadtteile Hochburgen der KPD. Lange Zeit konnte die NSDAP nicht in Mörfelden Fuß fassen. Bei den Kommunalwahlen am 26. März 2006 blieb die SPD trotz deutlicher Verluste stärkste Partei. Wahlgewinner war vor allem die DKP, welche hier seit den 1970er Jahren im Gemeindeparlament vertreten ist. Trotzdem blieb sie in der Opposition, da es eine rot-grüne Koalition gab. Seit der Widerstandsbewegung gegen die Startbahn West des Frankfurter Flughafens sind die Grünen in Mörfelden-Waldorf traditionell stark verankert. Das aktuelle Ergebnis gemäß der Kommunalwahl vom 6. März 2016. Bürgermeister Bürgermeister ist seit 2007 der SPD-Politiker Heinz-Peter Becker. Die Stadt Mörfelden-Waldorf pflegt folgende Städtepartnerschaften. Frankreich Frankreich Wiedrolles Provence Alpcote Asyr Niederlande Niederlande Wageningen Provence Gelderland Italien Italien Torre Pellice Piment Hauptort der historischen Waldenser Täler Bildung Grundschulen Albert-Schweizer Schule Stadtteil Mörfelden Bürgermeister Klingler Waldenser Schule Stadtteil Mörfelden Wilhelm Arnaul Schule Stadtteil Waldorf Waldenser Schule Stadtteil Waldorf Integrierte Gesamtschule Börther von Suttner Schule Sehenswürdigkeiten Stadtteil Mörfelden Historischer Gasthof Goldener Apfel von 1751 Langasse Altes Rathaus Mörfelden Davor Brunnen Erzählstein Alte Schmiede von 1693 Hintergasse Fachwerkhäuser in Mörfelden Fachwerkhäuser in Mörfelden Brunnen und weitere Fachwerkhäuser Evangelische Kirche Heimatmuseum Mörfelden Wasserturm Mörfelden Frankfurter Straße Jagdschloss Mönchbruch Stadtteil Waldorf Waldenser Kirche Er baut 1803 zu 1805 Rathaus Waldorf Heimatmuseum Waldorf Bahnhof Waldorf Im Stadtteil Waldorf errichtete die Hamburger Betreuungs- und Wohnungsbaugesellschaft MbH Anfang der 1960er Jahre eine Eigenheimsiedlung nach Entwürfen von Richard Neutra Die Siedlung besteht aus 42 ein- bzw. zweigeschossigen Einzel- und Doppelhäusern die als Typenbauten ausgeführt sind Kennzeichnend für die Häuser sind typische Merkmale des Neutrastiels wie große Glasflächen, fließende Übergänge zwischen Innen- und Außenräumen, Reflecting Ponds, überkragende Flachdächer mit Spinnbeinstütze und asymmetrische Grundrisse Die Bauten stehen seit 1984 unter Denkmalschutz Eine ähnliche Siedlung nach Neutra-Entwürfen errichtete die Bewohrbau zeitgleich mit der Bewohrbausiedlung Quickborn, Museen Möhrfelder Heimatmuseum, Waldorfer Heimatmuseum Der Kulturfernwanderweg Hugenotten- und Waldenserpfad führt von La Poet-Laval in Frankreich und Torino in Italien über Möhrfelden-Waldorf bis nach Bad Karlshafen in Nordhessen Ein Teilstück von 9 km des rund 1800 km langen Wanderweges führt entlang des Oberwaldsees und durch Waldorf Am Oberwaldsee und am Schnäpfensee ist die Geschichte der Waldenser mit den Themen Glaube und Gesellschaft, mittelalterliche Laien- und Armutsbewegung und das Ankommen in der Fremde auf Schautafeln dargestellt Im Verhältnis zu ihrer Einwohnerzahl gibt erst in der Stadt Möhrfelden-Waldorf eine erstaunliche Anzahl an modernen Kunstwerken im öffentlichen Raum zu bewundern Die Stadt steht damit im Bundesvergleich ganz weit oben Der Grund und Ursprung ist in der jährlichen Skulpturenausstellung Skulpturen im Park zu suchen, die der Chemiker und Künstler Otto Schaffner 1998 ins Leben rief Später gründete er gemeinsam mit anderen Künstlern die Kommunale Galerie Möhrfelden-Waldorf Die Kommunale Galerie richtet neben anderen Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in jedem Sommer die Skulpturen im Park aus In den vergangenen Jahren präsentierten hier arrivierte und international erfolgreiche Bildhauer, darunter U, A, E, R, Nele, Verarüm, Ottmar, Hörl oder Werner Pocconi Ebenso wie jüngere Künstler ihre Werke Die Skulpturen im Park entwickelten sich auf diese Weise zu einer über die Region hinaus anerkannten Veranstaltung Viele der Skulpturen im öffentlichen Stadtraum wiederum sind Leihgaben der ausstellenden Künstler oder konnten von der Stadt im Anschluss an die Skulpturen im Park erworben werden Hans Michael Kissel, Skybird, Roger Rigorth, Lauscher, Orthut Sturm, Eckräume, Orthut Sturm, Balance Spiel, Angelika Sommer, gegen den Strich, Punkt Feste Mehrfäller Kerb, Waldorfer Kerb, Prunksitzung des Karnevalvereins der 1. CCW Die Buschspatzen von Waldorf Prunk- und Damensitzung vom Karnevalverein Mürfelden Die Sandhasen E, V, Möwa, Rockt, Sounds of Fasching, Summer Flair, Latviafest, Jazzfest, Faschingsdisco, Rummel im Dschungel, Blues Meets Karibik, Altstadtfest, Rund um die Kirsch, Grillfest am Dalles des Kegelclubs Olympia Mürfelden, Anglerfest Waldorf, Alljährliches Mehrfäller Schüttfest, Hüttenfest am Schnäpfensee, Gickelfest Waldorf, Hinkelfest Mürfelden, Weinfest, Internationales Kinderfest am 23. April Medien Seit Februar 2014 hat der regionale Fernsehsender Rhein-Main-TV seinen Sitz im Mürfelder Gewerbegebiet Ost, Vereine, TTC Mürfelden Der TTC Mürfelden gehörte in der Vergangenheit lange Zeit zu den führenden deutschen Tischtennisvereinen In den 1950er Jahren wurde er viermal deutscher Meister 1954 55, 1955 56, 1956 57 und 1959 60 Er gehörte auch zu den Gründungsvereinen der Tischtennisbundesliga, der er von 1966 bis 1969 und von 1971 bis 1981 angehörte TGS Waldorf Die Törngesellschaft Waldorf 1896 E.V. hat über 4000 Mitglieder und bietet zahlreiche Sportangebote an Aikido Die Aikido-Abteilung der TGS Waldorf wurde 1972 von Alfred Heimann gegründet Fitnessstudio Bildet die größte Abteilung innerhalb des Vereins mit über 1000 Mitgliedern Das Fitnessstudio der TGS wurde im Jahr 2007 um einen weiteren Gebäudeteil erweitert Weitere Sportarten Handball, Faustball, Sportschützen, Bogenschießen, Leichtathletik, Wintersport und Inline-Skating, Wandern, Klettern, Skat, Tennis, Tanzen, Judo, Gymnastik und Gesundheitssport, Breiten- und Freizeitsport, Flickfootball, Jazz und Modern, Dance, Country und Western, Tanz, Dropskipping, Turnen, Rot-Weiß-Walldorf Der 1914 gegründete Breitensportverein SV Rot-Weiß-Walldorf unterhält neben der Fußballabteilung die Spaten, Tischtennis, Sportkegeln, Gymnastik und Musik, Sport- und Kulturvereinigung Mürfelden Akido, Akkordeon, Badminton, Blasorchester, Behindertensport, Folklore, Fußball, Gesang, Gymnastik, Handball, Herzsport, Judo, Kegeln, Leichtathletik, Radsport, Tanzen, Tennis, Turnen, Volleyball, Wassersport, Wintersport, SKG-Walldorf 1888 E, V, Fußball, Tennis, Tischtennis, Minigolf, Schützen, Gesang, Volleyball, Turnen, Bull, Karneval, Cricket, Boxen, Racing-Club, RCW SC Kickers 1966 E, V, Mürfelden, Fußball, Schützenverein Tel Mürfelden, Luftgewehr, Luftpistole, KK-Gewehr, Vorderladergewehr und Pistole in Steinschloss, Perkussion und Lundenschloss, Großkaliberpistolen und Gewehre Persönlichkeiten In Mürfelden-Walldorf geboren Ottilia Preußing, prominentestes Opfer der Hexenverfolgung in Bad Homburg vor der Höhe Wilhelm Koban, Architekt Inge Felte, Politikerin Bodo Kolbe, Bluesmusiker Jürgen May, Politiker DJDAG, bekannter DJ im Bereich der Trasse Musik Sandra Schmidt, Freestyle-Sportlerin, Weltmeisterin in der Disziplin Parallel-Buckepiste Georg Zwilling, Landtagsabgeordneter und 1931 zu 1932 Bürgermeister von Mürfelden Mit Mürfelden-Walldorf verbunden Wilhelm Kreuder, Maler und Kunstpädagoge Kurt Oeser, Gemeindepfarrer in Mürfelden Peter Hertling, Schriftsteller, wohnt in Mürfelden-Walldorf Erich Hand, Tischtennisspieler, wohnt in Mürfelden-Walldorf Bernd Rosemeyer, deutscher Autorennfahrer am 28. Januar 1938 auf der Reichsautobahn Frankfurt-Darmstadt bei Mürfelden-Walldorf tödlich verunglückt Kevin Pesoni, Fußballspieler, wohnte in Mürfelden-Walldorf und spielte bei Rot-Weiß-Walldorf Niklas Süle, Fußballspieler, wohnte in Mürfelden-Walldorf und spielte bei Rot-Weiß-Walldorf Andreas Heinz, Badminton-Spieler, begann seine Karriere bei der SKG Walldorf Christoph Höser, Jazzmusiker Sibylle Schönberger, deutscher Sternekirchen, wohnt in Mürfelden-Walldorf Emiliana Torini, isländische Sängerin, Musikproduzentin, Komponistin, wohnte einige Zeit in Mürfelden-Walldorf Tanja Kremmer, Tischtennisspielerin, wohnt in Mürfelden-Walldorf Wolfgang Scholz, Fußballspieler, wohnt in Mürfelden-Walldorf